Ganz finster und ganz böse gucken wir sie an und es gibt keine neuen Zeitungen anscheinend. Was war denn das letzte was wir gemacht haben hier? Da bin ich mal echt überfragt, oh ich, hier der Kerl der da drin war, ne? Ach wir hatten noch einen, ne warte mal, ach wir gehen einfach mal hier rein. Ja genau, action man, so und irgendwann kommt gleich der Kerl, ach ich bin, ich habe gerade Hitman gespielt und dann bin ich noch so ein bisschen auf den Trip so von Hitman. Waren wir da schon drin, ne? Ja ne? Ich glaube hier waren wir schon drin, ne? Ja und da ging es nicht weiter und dann hat man den Typen gesehen, den laufen wir doch einfach mal jetzt hinterher. Boah das ist echt, ähm, furchtbar wenn man mehrere Spiele spielt. Klopf, klopf. Ähm, da kommt man dann schon mal so ein bisschen mit der Steuerung durcheinander. Besonders, ähm, Oh, ich darf die Fallen nicht vergessen. Die es eventuell hier gibt. Oh, Streichhölzer. Also, ich bin gespannt, ähm, wie das hier noch enden wird und alles und wie das überhaupt. Das Bild kam mir so ein bisschen bekannt vor. Darum musste ich jetzt erstmal ein bisschen, äh, stehen bleiben. Ja, ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt zählt doch kein Murks. Oh, wartet mal, ich habe hier bei meinem Ding ins Slicer gestellt. Ich muss mal wieder ein bisschen lauter stellen. Weil sonst höre ich ja gar nicht, wie es weitergeht. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Hier gehen einfach mal in rote Räume. Es kann sein, dass wir bald, äh, die eine begegnen. Na, diese Laura oder Lara. Weil ich habe nämlich so eine Errungenschaft freigespielt. Wir machen mal das Licht aus, dann ist es umso besser. Rot. Okay, das sind irgendwelche Fotos. Ich mache einfach mal alles umschmeißen. Ach, er ja auch. Benimm dich. Ich höre auch was auf der rechten Seite von meinem Ohr. Es ist unsichtbar. Du widerliches Missstück. Wo ist er hin? Ich sehe ihn so, äh, einigermaßen. Du widerling. Brenn. Willst du noch was raus? Also Spaß hat es nicht gemacht. Hierzu werden wäre Selbstmord. Ist man ja nirgend sicher? Eher unwahrscheinlich. Ich kann mich nicht bewegen. Doch, jetzt darf ich. Jetzt darf ich mich wieder bewegen. Oh. Oho. Äh, ja. Neues Mikrofon und so. Äh, die letzte Aufnahme hat, äh, war nicht so schön. Ist mir aufgefallen. Da muss ich mich mal entschuldigen für. Weil das war wirklich nicht toll. Die Aufnahme. Das war wirklich nicht so schön. Tatsächlich. Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein, nicht hinterher. Was zu haben? Oh. Leslie? Der Doktor ist weggedoktert. Fuck. Also, entweder gehen wir dahin, wo die Tür ist mit Blut. Oder wir gehen zurück. Und der Doktor sagte ja schon, wir sollen zurückgehen. Dann nehmen wir das. Es hätte so einfach sein können. Hahaha. Scheiße. Okay, warte mal. Moment, ich werde gezwungen. Dahin zu gehen. Okay. Von mir aus. Ich habe eine Flinte. Ich weiß, ich habe ja nur noch einen Schuss drin. Oh. Ein Moment mal. Warte mal, wie konnte man nochmal wechseln? Wechsel mit R. Und jetzt habe ich sie nicht gewechselt. Eins. Oh. Und die machen wir auf hier. Falls es wieder hart auf hart kommt. Oh. Hier haben wir auch nur einen Schuss drin. Ist egal. Der verarscht mich doch jetzt. Fuck. So. Fertest du es jemanden interessiert? Ja, ich habe mich erschrocken. Und ich lebe jetzt fünf Sekunden weniger auf dieser Welt. Weil ich mich erschrocken habe. Das frage ich mich allerdings auch. Kommen wir jetzt langsam in den kranken Teil. Auf jeden Fall baden wir jetzt wieder mal. Oh, eine Leiter. Und da blinkt irgendwas auf. Wir könnten da mal hingehen. Da ist irgend so ein Schalter. Und da ist auch nochmal ein Schalter. Da ist Munition. Geronnenes Blut. Aber. Irgendwie. Oh. Eine gute Falle. Aha. Ah. Die ist ja voll. Warte mal. Wir nehmen mal. Revolver. Revolvos. Warte mal. Wenn. Dann müssen wir da eh eintreten. Ja. Aber wir gehen jetzt hier noch nicht durch. Wir gehen erstmal nochmal hinten hin. Eventuell. Was passiert da denn? Wir testen mal eben, was da passiert. Oh. Ja. Das ist natürlich eh. Nett. Oh. Für die Armbrust. Ich weiß nicht. Oh. Was man jetzt so alles findet. Hier ist aber ganz schön. Was ist da denn wieder? Eine volle. Eine volle. Haha. Erfolgreich abge... Ich weiß auch gar nicht, was da passiert wäre. Das wird an mir nicht so beigebracht. Leck mich doch. Ach. Ah. Das ist eine Bombe. Oh. Hui. War wieder fast so weit, dass ich versagt hätte. Also. Da hat jetzt das Licht gescheint. Aber wir haben noch eine Leiter zu erklimmen. Ah. Sag das doch. Eigentlich müsste ich das ja wissen, ne? Aber. Okay. Davon haben wir ganz viel Munition. Oh. Das war vielleicht nicht so gut. Oh. Ich glaube, hier könnte was brennen. Hier geht's auch mal rum. Hm. Und noch eine Leiter. What the fuck? Hä? Ach, da war auch eine Falle. Wenn das einer versteht, dann ist gut. Ich glaube, wir brauchen die für irgendwas. Kann das sein? Ich versuche die mal da so runter zu treten. Ja, das lief ja. Immer nochmal die Falle hier deaktivieren. Wenn wir es hinkriegen. Oh. Aber auch immer ganz knapp, ne? Ich weiß nicht, was man mit den Dinger machen kann. Bin ich so ein bisschen überfragt. Ähm. Was habe ich denn jetzt gefunden? Ein Schockbolzen. Wie geil ist das denn? Den habe ich jetzt einfach mal hier irgendwo gefunden. Ähm. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich es nicht verstanden habe. Aber mir gefällt der da nicht. Warum kann man die da reinschme... Äh. Oh. 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 Oh, fuck. Lass mich mal eben durch hier. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da. Dicker, mach Platz. Oh. Ja, das hätte mir auch einer sagen können, dass das... Dass das so endet. Alter. Das fand ich jetzt aber echt unwahrscheinlich blöd. Ja, ja. So. Jetzt nochmal. Also wir können da auch hoch. Was ist da überhaupt? Da waren wir noch nicht. Oh. Wir gehen mal da hoch. Normalerweise könnten wir uns ja hier oben retten, ne? Sehe ich das richtig? Eigentlich schon, ne? Okay. Also da kommt ein Zombie raus, wenn wir das aktivieren. So. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Oh, die Granaten. Wann? Haben gerade aufgeblinkt? Na. Ach ja, ich hätte eine Granate schmeißen können. Zur Feier des Tages. Jetzt machen wir erstmal den ganzen Mock hier weg. Ja, perfekt. So, ich hoffe wir haben die Granaten noch. Ja, haben wir noch. Den Mock können wir auch nicht mehr wiederholen. Der bleibt weg. Und wir können gleich Bolzen... ...herstellen. Das kann man gar nicht deaktivieren. Oder? Hm. Keine Ahnung. Ach, die konnte man... Aha. Plum, 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 plum. Eigentlich ist das ja keine schlechte Idee zum Verstecken, ne? Ah, die müssen hier auch langlaufen, die Dinger. Nützt ja nix, wenn wir hier nur... Wir lassen die Fallen mal aktiv. Und zwar alle Fallen. Aha. Hä? Oh. Mein Fehler. Und das kann man anzünden, das ist sehr gut. Ich meine, wir können ja überall lang rennen. Oh, fuck. Okay, geh nicht hoch. Und das verstehe ich ja nicht. Hm. Wir treten das einfach mal noch ein paar Mal. Verdammt, ich singe fest. Oh, oh, jetzt haben wir es gleich. Ja. Ja. Boah. Unschlagbar. So, die Falle lassen wir aktiv. Hier gab es ja irgendwo... Ach, da ist er. Haha. So. Ähm. Ja, mir fällt schon was ein dazu. Ich würde das machen. Es wird regelrecht lustig werden. Ja. Haben bloß die falsche Bewaffnung. Ach so, ja, hier. Ähm, Pfeile herstellen. Wartet mal. Also nehmen wir denn. Brandpfeile wären nicht schlecht. Ah, kann ich mir nicht herstellen. Was war das für ein Bolzen? Ach, Explosivbolzen. Okay. Aha. Naja. Gut, dann nehmen wir gleich die, äh, Granaten und dann Ambrus und dann... Ach, der liegt auch noch... Wir nehmen am schon mal die Granaten am besten. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber wir müssen gleich... ...vorsichtig sein. Ach, das sind Fingerabdrücke. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Oh, oh. 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 Ich wollte gerade sagen, der steht doch da voll drin, ne? Hoch, hoch, hoch. Oh. 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 Geht raus aus meiner Wohnung. Ähm. Was haben wir denn noch? Hupsala. Hey. Fetti. Fetti. Oh. Ey. Das ist unfair. Dann brennt er mich auch an. Ah. Wie geil ist das denn? Ich habe die angezündet. Wie geil ist das denn? Das war jetzt irgendwie ein bisschen lustig. Entschuldigung. Also ich stand ja in Flammen, dann habe ich die auch angezündet. Wie lustig. Das fand ich jetzt mal sehr belustigend. Ist das schlimm, wenn ich das belustigend finde? Oh. Warte mal. Die Pumpe ist ja alle. Äh. Warte mal. Wie ging das nochmal? Also man muss R drücken, damit man die Waffe wechselt. Und dann muss man eins, dass man die nehmen möchte. Ein bisschen dumm gemacht finde ich ja, aber ist in Ordnung. Ach guck mal, da war noch ein Fässchen. Sollten wir den entschärfen jetzt mal. Ähm. Ho. Ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen, wenn die Falle ausgelöst worden wäre. Egal. Was denn? Wasser schon hier? Ach, das haben wir ja auch angezündet. Stimmt, ja. Jo. Munition. Warte mal. Wir nehmen ja noch den einen Bolzen hier mit. Ja. Ich hatte gerade was gehört, dachte ich. Ach, die Falle wurde ja auch rausgelöst, ne? Warum auch immer. Vielleicht kann man jetzt die Munition mitnehmen. Ja. Und nicht alles. Ach, wir können nachladen. Na guck. Oh. Liegt da was? Häää. Ääää. Hä? Was ist das denn? Oh. Ähm. Danke. Ähä. Okay, die Falle wurde nicht ausgelöst. Ah. Die Steuerung, ne? Ähm. Mir hat man auch schon gesagt, hier, ähm. Ich sollte das mal einfach mal mit Gamepad oder so zocken, aber... Nee. Haben wir noch Eilung? Nee, wir haben erste Hilfe. Den hätte ich vielleicht nehmen sollen gerade. Aber vielleicht brauchen wir den gleich nochmal. Nee, erste Hilfe Koffer. Bei meinem Talent. Oh. Das ist wirklich immer knapp, ne? Knapp vor Ende. Mach mir auf das Türchen. Ach, das gefällt mir nicht. Jetzt kommt wieder irgendwas Krankes. Ich sehe es doch schon. Ach ja, die Kettensägenverletzung am Bein. Die, ähm, ist wunderbar geheilt auch. Ja, gehen wir jetzt noch rein oder nicht? Ach, die ist so. Das gefällt mir doch da wieder nicht. Großmutter. Warum hast du denn so große Augen? Ja, falls wir nicht treffen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt wieder ein bisschen rumballern. Oh, fuck. Moment mal. Oh, nicht getroffen. Wer hätte das gedacht? Na. Ich war das nicht. Ähm. Ja, Munition alle. Aua. Ich glaube, die wollte mich küssen, aber hat es nicht ganz hingekriegt. Ich würde sagen, mit dieser Gestalt nehmen wir es in der nächsten Folge auf, weil wir haben es schon wieder soweit. Und, äh, nicht verzagen, Frau Kolumna fragen. Hier war auf einmal eine Wand vor allem, wo ich weglaufen wollte. Aber die Tür ging auf. Und dann werden wir uns das nächste Mal darum kümmern. Bei, äh, diese Ibe, wo wir sehen. Und ich würde sagen, danke für's Zusehen und Zuschauen. Und ich werde mal gucken, wie die Mikrofonqualität ist. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht, wie ich erst dachte. Und ich werde das ganze Ding behalten. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.